Unser absoluter Fokus liegt auf der Kundenorientierung. Wir betrachten jedes Produkt, aber nicht nur Produkt, auch unsere Prozesse immer aus der Kundenperspektive heraus und versuchen wirklich das passende Produkt, das perfekte Produkt zugeschnitten auf den Kunden zu entwickeln und das auch mit einem guten Service zu verbinden. Also sie sehen einen zweigeteilten Stand. Auf einer Seite sehen sie unsere komplette Saugekompetenz und auf der anderen Seite die Sanitärkompetenz. Im Saugebereich haben wir eine breite Produktpalette an Nass-Trocken-Reinigungssaugern und im Sanitärsegment haben wir moderne Hände- und Haartrockner, aber auch Hotelaccessoires. Was sie auch sehen ist im Prinzip unser neuen Marktauftritt. Wir fangen erstmal mit dem Logo an. Wir haben ein modernes, überarbeitetes Logo und einen neuen Slogan, das unsere Philosophie wiedergibt. Das ist das Made in Germany, Made for You. Und dann auch ganz interessant ist unser neuer Hero. Wir versuchen in Zukunft die Botschaften von unseren Produkten über emotionale Bilder rüberzubringen. Es ist vielleicht jetzt nicht nur der Hände trocknen alleine, sondern das ist eine komplett neue Produktlinie, die wir entwickeln. Elektrostyle ist ja eine Marke, die für ihre Sanitärprodukte, vor allem Händertrockner, sehr bekannt ist. Wir haben den Händertrockner erfunden. Man muss sagen, 1924 war das. Man muss sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren uns wirklich auf Sauger fokussiert. Und jetzt haben wir uns entschlossen, auch in den Händertrocknenbereich wieder zurückzukommen durch eine komplette Erneuerung von Produktpalette. Und heute bei der Messe zeigen wir den ersten Baustein. Das ist eine Einstiegshändertrockner Serie, also im unteren bis mittleren Preissegment, eine Plattformtechnologie, die im Prinzip Händertrockner abbildet. Und das Interessante an diesem Konzept, außer eines sehr interessanten Designs, was auch im Markt so unbekannt ist oder sowas gibt es noch nicht, ist die Zwei-Düsen-Technologie, die wir im Produkt haben. Also wir, bevor die Luft auf Hände oder Haare kommt, trennen wir den Luftstrom in zwei Teile und dann gibt es zwei sehr starke Luftströme, die im Prinzip das Wasser von den Händen wegblasen. Und das führt einfach dazu, dass wir eine sehr gute Trocknungszeit erreichen bei einem geringeren Geräuschniveau im Vergleich zum Beispiel zum Wettbewerb. Also das ist einer der Punkte. Und dann natürlich kommt dazu die herfolgende Qualität. Also Made in Germany. Das ist bei uns in Reichenbach produziertes Produkt. Hat einen sehr hochwertigen Motor mit einer langen Lebensdauer von weit über 1000 Stunden. Und ja, ist ein tolles, kompaktes Gerät mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist auch wichtig. Überall da, wo Hände getrocknet werden müssen. Also da kommen wir mit unserem Händetrockner mit rein. Das ist das wirtschaftlichste System, also für die Händetrocknung. Die Kosten pro Trocknungseinheit sind deutlich günstiger als die vom Papier. Wir sprechen über eine Einsparung von über 100 Prozent. Also mehr als die Hälfte der Kosten können sie einsparen durch die Nutzung vom Händetrocknern. Und was ganz wichtig ist, es ist das umweltfreundlichste System, nachgewiesen durch diverse unabhängige Studien und ein System, was hygienisch absolut unbedenkbar ist. Was auch im Prinzip sowohl durch das Institut für Arbeitsschutz bewiesen ist, aber auch MIT-Studien in der Zeit.